Schönen guten Abend. Heute Abend werden hier die Ascania Awards verliehen. Eine Firma, die sich seit Jahrzehnten, Generationen mit Uhren beschäftigt. Meine Frage wäre da jetzt, was war für Sie die schönste Zeit in Ihrem Leben? Ach, weißt du, das kann ich nicht sagen. Die schönste Zeit, es gibt immer eine schöne Zeit, weißt du? Also, die schönste Zeit, welche Zeit war denn deine? Die 20 Jahre? Ich muss sagen, also fast jede Zeit kann man zur schönen Zeit machen. Also ich sage, man entwickelt sich ja immer weiter. Es sei denn, man stagniert, weißt du? Aber das habe ich ja nie gemacht, wie du weißt. Gibt es denn Dinge, für die Sie gerne mehr Zeit hätten oder für die Sie gerne mehr Zeit nehmen würden? Nee, hatten? Nee, 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 nee. Das mache ich. Ich mache das, wozu ich Lust habe jetzt. Und früher habe ich vielleicht ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr geackert. Weißt du, aber das bringt nichts. Du musst, also in meinem Alter ist es schon okay, wenn du das machst, was du wirklich machen willst, weißt du? Wenn du dich da so dicht und nicht kommandieren lässt. Von den Filmfritzen.